Ach ja, frisch aufgewärmt geht's in die neue Folge von 7 days to die Alpha 19, die zwei, viertel nach drei, es ist Zeit für 7 days to die. Sehr schön. Guten Tag Herr Fleischhammer. Haben wir ja ungefähr eine halbe Stunde vorher geprobt. Also am Stück, das ist ein Hase. Den will ich aber schon haben, den Hasen. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, da kommt ein Dicker. Ja, aber der Hase ist interessanter. Naja, vielleicht findet der Dicke dich interessanter. Ja, tut er. So. Darf den Hasen nicht aus den Augen fallen. Ja, drum kümmern, er ist geprahlt. Oh, der ist schnell. Oh, äh, okay. Ich bin langsam. Er ist schnell. Aua, aua. Ich hab ihn eingeschossen. Bin ich der Hase. Da hat's ihn umgelegt, da kommt eben sein Bruder, kommt noch auf der Straße. Wir müssen noch mal eine Kistchen hier hinsetzen. Ja, der Bruder ist dann schon da und manche zeigt den Hase verloren. Alter. Langsam. Oh, 52. Aua. 32. Oh, wieder. Du musst mir helfen. Gleich schon mal. Komme. Boop, 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 boop. Da geht er andersrum. Da legt er sich hin. Nochmal schnell nachladen. 24 übrigens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich stell mal eine Chest auf. Äh, schreib mir noch richtig, dann geht das auch. Äh, hab ich gar kein Holz. Hab ich nix Holz. Ne, gibt's ja bestimmt Bäume, oder? Naja, du wirst es schon schaffen, hier einen Baum zu finden, ne? Da wirkt mir schon ein Sicheres. Ne. Hast du ne Tablette zufällig gelootet? Ne. Bisschen mehr zu trinken, paar Eier, bisschen mehr zu essen. Essen ist gut. Ähm, that's it. Da ist ne Tablette. Guck mal hier, aus dem Müll raus gefischt. Ich hab übrigens nen Advanced Bellow gefunden, in der einen Kiste. Das hab ich vernommen, als du das so laut gesagt hast. So, ich hab immer noch kein Holz. Sag mal, ist denn hier... Ein Baum. Aus Bäumen kriegt man. Just. Du willst nur... Nicht, dass du heißt, im Nachhinein hast du ja nix gesagt. Hättest du ja mal was sagen können. Warum sagst du nix? Du sagst ja nix mehr. Redest du überhaupt noch mit mir? Ne, mit dir redest ich nicht mehr. Ich glaub, du überliebst mich nicht mehr. Ich häng das hier an die Wand, ne? Die Kiste. Nur falls du was ausladen möchtest. Jawohl. So, was nehmen wir mit? Äh, wir nehmen mit, äh, der Bogen. Und der Pfeile. Ich krieg hier nicht Rohre raus. Oh nein, ich hab von dem Baum aussortieren die Pfeile rausgehauen. Dann bleibt der Bogen hier. Und, ähm, ich denk mal hier was. So. Ist voll. Die Kiste. Die Kiste ist voll. Ne, ich hab, ne, ich hab aussortiert, meine ich. Achso. Soll ich aktivieren? Oder willst du noch die... Vollbracht, meinst du wahrscheinlich, ne? Oder willst du noch die Dings weg? Ich hab die jetzt nochmal... Wo ist die Kiste? Die klebt da an der Wand, an der Ruine. Ah ja, da. Ich hab den Hasen grad schon wieder gesehen. Warst du drin? Ich war noch gar nicht drin, ne. Sollte man da vielleicht doch mal reinschnuppern, bevor wir hier losziehen, oder? Hase. Wo ist der Hase? Ah, das war... Nein. Ach du Arsch. Was denn? Hase. Du kämpfst gegen den Hasen. Dagegen kämpfen ist jetzt... Das falsche Wort. Ah, da sind gleich zwei drin. Hallo Ladies. Also weg mich da am Arsch. Übrigens nur noch ein Schuss. Oha. Mit einem Knopfdruck hab ich die komplette Inventar von hier... Hab ich die grad leer gemacht. Na, find ich gut. Oh, da sind drei Zombies hier drin. Ähm, vielleicht nochmal, da ist Besuch für dich. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Okay, einen Besuch hab ich schon ausgenockt. Äh... Zack, 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 zack. Warum hast du zu mir Feuer? Ich will's ja nicht wissen. Komm mal! Nochmal, ich hab ein Feuer. Also ich hab Feuer... Hab ich gecraftet. Was war das für ein Stehaufmännchen? Ich hab... Ich hab ihm gegen die Beine so geschwungen. Oha. Oha. Oh Gott, das hätte schief gehen können. Oh Gott, das hätte schief gehen können. Ich wollt grad sagen. Äh, zurück. Okay. Ist er tot? Jo. Jo. Dann kurz hier reinschnubbern. Oh ja, nice. Und vierer Dings. Das ist ein Scope. Bessere Schuhe... Also Schuh-Impact hier. Was? Schuh-Impact? Ich hab... Ein zweier Scope. Ja? Warte mal. Jetzt nehm ich mal hier das Ding raus. Modify... Cosmetic... Complete. Modify... 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 Complete. Willst du... Wollen wir nen Helm verkaufen? Er hat 50er Preis. Oder soll ich nen Scrappen? Zweier Scrap Helm willst du haben? Ne, ich hab grad nen Dreier Scrap Helm gefunden. Haha. Okay. Dann Scrapp ich den nämlich hier. Okay. Dann haben wir das auch. Da haben wir die Zuschauer jetzt komplett abgehängt. Oh. Oh. Brrrr. Genau. Loot weggebrannt. Oh, ich hab noch nen Ketten-Mod für den Knüppel. Nice. Kann man den eigentlich auf den Hammer packen? Nein. Hat man schon probiert, ne? Das ist ne Klapp-Mod. Autsch. Das war nur ne Stein... Das ist nur ein Steinchen. Oh, hi. Na? Warte. Du kannst manchmal schon hier anfangen und dann ziehst du ihn rum. Wie wär's? Love it. Fühl mich immer ein bisschen wie bei Overwatch. Äh, wie so Harry? Ne, ähm... Reinhardt heißt er. Oh, geil. Harry. Harry. Reinhardt? Hm. Harry Hirsch. Oh, das sieht aber gut aus hier. Hat wat. Ich guck immer noch rein, ob du vielleicht schon was vergessen hast. Na. Naja. Hallo. Ach, du machst das schon. Hast du beim Skullcrusher eh'n mehr? Ähm... Den Skill Skullcrusher. Der ist bei der Stärke wahrscheinlich. Ne, hab ich überhaupt gar keinen Punkt. Ach so. Weil ich hab das Gefühl, deine sind ein bisschen schneller tot. Aber macht das Sinn? Ja, oder? Sledgehammer? Klar. Auf jeden Fall, ja, ja. Ich hab ja eh'n Skullcrusher, aber... Das hab ich jetzt auch mal gemacht. Du bist da durch? Ähm... Ja. Gut. Dann, äh... Let's go. Können wir die Geschichte starten gleich? Ja. Würde ich sagen. Bist du die Küche komplett durch, ja? Ja. Okay. Gut. Dann lass uns mal die Quest starten. Dum 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 dum. Ach so, Kiste leer machen vielleicht vorher. Wobei, ich kann die Quest schon mal starten. Du... 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 Hm... Warte, ich probier mal zu teilen. Der hat nämlich noch... Der hat mich noch eine Warnung rausgegeben. Ne, kann ich nicht teilen. Ach, scheiße. Na ja, ja, klar. Da kam ein Warnfenster und ich dachte, oh ja, gut. Pocket. Was soll das sein? Ach so, musst du dein... Ach so. Ja, es tut mir leid. Da waren... Die Warn... Oh Gott. Scheiße. Wo ist er? Da. Chill. Das war mein letzter Schuss. Ja, da kam noch eine Meldung mit Fleischhammer und ich hab einfach... Wirklich? Ja. Da kam eine Warnung. Your friend must be in bla bla bla. Irgendwas mit Fleischhammer. Und ich dachte... Robert. Er hat... Warte mal. Ne, bis oben runter? Ja, bis unten drinnen. Ach man, das ärgert mich jetzt. Das war richtig dumm. Oha. Oha. Ah hier, ich glaube das ist hier... Ich glaube das ist für dich hier. Da drin. Ne, ne. Hast du da hinter dir nichts? Ne. Steht. Ah, da oben. Ne, ist aber nicht. Es ist hier, aber nicht hier in dem Raum. Ach man, ey. Ich lese auch noch die Warnung und reagiere nicht drauf. Uiuiui. Die hat mich noch erwischt. Die hat mich noch erwischt? Die Holdemite. Oh. Ich wusste es doch. Bis ich auf den Hammer gewechselt habe. Ein auf lag, sagt er. Oha. Komm mal. Was war das denn? Oh ja. Der Skullcrusher kann was. Siehst du, bei dir geht es wieder ab, ne? Ja. Hier drin ist aber ein Steak. Ist ja. Ich muss mal zu Hause. Ich habe jetzt auch Wire-Mod neue Funde hier drin. Ja, hier nochmal. Hier ist noch... Ja, wenn du dein Ding nicht verwendest, könnte ich probieren, ob wir beide einsetzen können. Aber das befürchte ich nicht. Weißt du, könnte man mal ausprobieren, ob man Bar-Wire und Ketten-Mod einsetzen kann gleichzeitig. Mhm. Ärgerlich. Mann. Ruhig dich mal wieder. Ah, ist gut. Okay, das war halt. Verlesen ist halt noch meins. Achso, wir müssen ja uns hier einen anderen Ausgang suchen. Wir wollen uns hier nicht rausholen. Wenn die Hocker geht, kann ich oben mitstrahlen. Ja, ne. Bereit? Ne. Aua. Geh zurück. Ui, der war ein Abpraller. Hab ein Schrapnell in der Schulter. Mir schmerzt. Aber wir haben doch noch eine Quest hier, oder? Die war nicht hier. Die war in eine andere Richtung, meine ich. Möchte ich meinen. Packst du diesmal alle drin? Oh, ich kann Antibiotika machen. Fett. Fette, 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 fette. Pack du noch mal alles rein und dann nehm ich. Party. Ja, lass mich kurz, ich bin Autos noch mitnehmen und dann. Wollte ich sagen. Muss sein. Muss. Es pressiert. Jetzt ist meine Ranch kaputt. It's... My Party. I'm trying to... Okay. Das ist 80er. Only. Ja. Und nur ruhig. Eine ganze Stunde. Mit Fleisch am ATV. Die guten Hits aus den 80ern. It's my Party. I'm trying... Das ist, glaube ich, gar nicht 80er. Aber sehr. Als würde das jemand kontrollieren und den Kommentar anschauen, was du für einen Quatsch erzählst. Das wäre ja wie... Das wäre ja wie Let's Plays. Guck mal, kann man nicht einen Kaffee trinken? Ist das nicht auch aufwärmend? Das wärmt. Das wärmt. Das ist eine gute Idee. Aber ich habe keinen Kaffee dabei. Ich habe noch zwei. Das ist gut. Dann nehme ich einen. Aber erst, wenn wir sortieren erstmal einen, dann machst du. Oli can eat, dann ich. Okay. Wasser? Nee. Ich klicke einfach eh mal durch. Mal sehen. Okay. So mal, haben wir noch eine Quest. Blitz Defense, oder? Habe ich jetzt mal markiert. 1,2 Kilometer. Ja. Da ist aber eher Richtung Raum. So, guck mal. Der wird hier. Sag mal vorbei. Ich habe jetzt wenig Campfire. So ein Quatsch. Ich kann es auf jeden Fall wegwerfen. Den Advanced Bellow nehme ich mit. Äh, die Nägel scrab ich. Ähm, den Türkraft scrab ich. Den Türkraft scrab ich. Also ich habe jetzt noch mal richtig Platz hier. Äh, das Ding scrab ich. Die, die Triche nehme ich definitiv mit. Das Ding scrab ich. Kochtopf scrab ich. Geht nicht. Äh, Murky Water können wir hier lassen. Und das Ding, also das. Kochkraft geht nur nicht rum. Guck mal rein, da ist noch Geld drin. Dann erstapelt sich das ja irgendwie. Ich habe jetzt auch noch einen Reifen gefunden. Das ist gut. Dann haben wir jetzt schon mal zwei. Gut. Dann würde ich einen Kaffee von dir nehmen. Achso. Ja, klar. Vielleicht wärmt das ein bisschen auf. Und dann haben wir da noch. Hast du noch einen Candy Crush? Ey, hier ist noch ein anderer Airdrop markiert. Achtung mal. Guck mal. Nebeneinander. Es dreht. Es schneit. Wir haben hier einen markiert. Hier ist ein Airdrop markiert. 160 Meter. Weil es so kalt war. Okay. 160 Meter können wir holen. Aber hast du noch den Candy Crush dann? Zum Zurückrennen. Ich habe noch einen. Er ist ja nicht Candy Crush. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Haik. Lass mal gucken. Er muss hier. Der andere. Übrigens erwärmt nicht genügend, ne? Nur so als. Ne, dafür wird zu kalt sein. Also vorhin hat es funktioniert tatsächlich. Ey, wo ist denn der? Den hältst du mir doch. Ach, da. Hm? Da. Da ist ein Dicker. Wo? In der Straße. Wo denn? Rechts. Wo? Ich sehe nichts. Hier steht er mitten da? Du verläufst in eine ganz andere Richtung. Kämpf mal gegen den hier. Ich hole mir einen Endrop oder was? Vielleicht kämpfe ich auch nicht gegen den. Scheiße. Keine Ausdauer. Er rennt. Oh Gott, das ist mein Tod. Wirklich jetzt? Ja. I hate you. Warum kämpfst du denn? Weiß ich nicht. Da bist du. Komm, komm zu den Bäumen. Ja. Da kommt noch ein anderer. Der Beweil hier. Bleib mich. Hinter dir. Hinter dir. Er rennt. Scheiße. Ausdauer. 20. 33. Okay. Der Arm fehlt. Das war dumm. Das war richtig dumm, was ich gemacht habe. Komm in meine Richtung. Komm in meine Richtung. Komm in meine Richtung. In deine Richtung wäre an dem Zombie vorbei. Das nicht. Das nicht. Okay. All der Vater. Ich will jetzt den Candy Crush. Wir lassen den Airdrop. Airdrop sein. Na, ist doch hier 120 Meter. Nee, ist egal. Den hol ich. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Mal 20 Meter. Lass ich mir noch nicht hier. Die Flitz People. Ne Radkappe. Na, vielen Dank. Hat ne Radkappe. Im Auto. Hm. 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 Der sieht so geil aus. Der neue Airdrop. Also wirklich. Mit dem Licht oben drauf. Das ist also. Es ist eigentlich nur eine kleine Änderung. Der Rauch. Und dieses Licht. So habe ich schon einen schönen Screenshot gemacht. Crossbow. Compound. Crossbow. Schematics. Kontakt. Schematics. Oh. Da. Ich habe ja wieder Party. Ich renne mal kurz die Straße hoch. Also Rennen ist geprahlt. Er ist nämlich wesentlich schneller als ich. Er ist schneller als ich. Er ist schneller als ich. Er ist schneller als ich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay. Jetzt sehe ich schon mal einen Schwarz-Weiß. 21 Leben habe ich noch. Da hinten. Ich sehe ihn. Ich gehe auf ihn. Wie hast du? Komm doch in meine Richtung. Ne. Ich bin Richtung. Richtung Händler. Achtung. Geh weg von ihm. Oh ja. Auf dem Kopf hast du gesehen. Ja habe ich gesehen. Auf dem Kopf. Ich versuche zu flüchten. Ich habe keine Weile. Werf noch eine. Echt? Ja. Scheiße. Der ist zu weit. Zu nah dran. Ich habe Ausdauer. Ich habe den Kopf abgeschlagen. Alter. Gib mir den Crusher. Ich habe nur noch 20. Gib hier den Crusher? Den, den, den schnell rennen Dings da. Ich? Soll ich dir den geben? Warum? Du hast doch schon den. Damit wir schnell nach Hause rennen können. Ich nehme den ja. Du hast mir keinen gedroppt? Ich habe dir Kaffee gedroppt. Kaffee. Ich meine einen Crusher. Super Crusher. Aber das mache ich doch nicht. Den habe ich doch nur einen. Ne, den habe ich mitgeschleppt hierher. Ich ziehe dir eine lang. Das ist doch meiner. Das ist doch ganz klar meiner. Okay. Hier komm. Nimm den Crusher. Nimm den Crusher. Nimm den Crusher. Unser Mosher hier. Wie kann der denn? Das ist da mir nach. 15%. Oh ja. Sehr geil. Es war ziemlich dämlich, was ich gemacht habe. Nicht nur, dass ich die Quest... Warum habe ich jetzt wieder keine Ausdauer? Weil ich kein Leben habe wahrscheinlich. Hast du Hunger? Naja. Naja. Du hast ziemlich verrückt. Aber hier. Da musst du was sagen. Achso. Hast du was gelootet? Und Durst auch? Jo. Eigentlich einen kühlenden Saft. Da ich keinen Crusher habe, mach ich mich mal schon mal von vorne. Ne? Na der Crusher ist... Da ich ihn ja abgeben musste an dich. Sonst kriege ich ja wieder... Könnte sein, dass einer von uns einfriert. Könnte sein. Sink ich schon mal vor. Der sich einwegen. Du verstehst. Empty Bird Nest. Habe ich gelootet. Das kann ja... Da kann ja wirklich jeder kommen. Das war auf jeden Fall. Und Stein. Habe ich gelootet. War eigentlich nicht mehr so kalt, ey. Da... 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 Ich würde sagen... Äh... Sehen wir uns gleich wieder? Wenn wir da sind? Mhm. Also zu Hause beim Händler. Ja. Na? Wollen wir so. Bis gleich. Ja, bis gleich. Nicht hauen. So, Home Sweet Home. Wir haben schon wieder fast einen Tag rum. Wir haben ein bisschen aussortiert. Ich habe das Quest noch nicht abgegeben. Fleischhörmann hat ja keine Quest, weil... sein Mitspieler einfach mal Egoman... Uh... Uh... Das durchgezogen hat. Ich finde, wir sollten, äh... Auf Skisprings gehen. Ah... Wenn du... Wenn du anständiger... Wir sollten mal nach Klamotten Ausschau halten, oder? Ja, unbedingt, ey. Hm, warte mal. Kann sein, dass der ja gar nicht so viele... Klamotten hat. Nimm mir nur drei Blunder was ab, die Sau. Ich habe die Repair jetzt zu den Klamotten gemacht. So, dann gebe ich mal die Quest ab. So. Weil er nicht vom gleichen Typ mehrere kauft, ne? Ja, genau. Wir sollen irgendein paar Football-Spieler killen, ne? Ich habe hier eine Quest. Dazu mal kurz hier, warte mal. Was denn? Da stehen zwei jetzt. Hier, kann ich es mal probieren. Ob er noch welche nimmt? Ja. Äh... Fireman's Alma nach. Ach... Eine Modifikation für Fireman's Axe. 25% mehr Schaden. Ja. Also mehr Schaden an Blöcken. Aber dafür 25% weniger Schaden an Gegnern. Was sagste? Oder 20 Mollys. Ich bin ja für die Mollys. Dann nimm die Mollys. Mollys. So, May is here Inventory. Warte, da bin ich gerade drin. Gib mir einen Sekunde. Hier. Dann sollte man noch den Kill machen, oder? Ich könnte zwei Fire-Ax kaufen, aber eigentlich können wir die auch machen, ne? Ah... Du? Ne, nimmt er nicht. Er will keine Blende aus. Ah ja, will er nicht mehr. Ne. Ähm... Komm, lass uns die... Ach komm, ich lass die im Inventar. Lass uns hier den Rallye-Point machen, oder? 600 Meter entfernt, siehst du das? Äh... Achso... Warte... Blitz-Defense. Ach, Blitz-Defense. Oha. Ich glaub, das gibt ne gute Nummer. Oha. Oha. Achso, hast du noch Moon? Ich hab ein bisschen Moon, ich hab ein bisschen... Ich hab nicht ehn Pfeilen mehr, aber das ist nicht so schlimm. Oha. Du hast die Mollys bei? Jo. Hier, für dich. Ich komm mit dem Ding... Achso, wenn ich dich jetzt fallen lasse... Moment, wir brauchen einen Container. Nehmen wir hier das Ding. Ja, so gut, dass du dran denkst. Ja, ich hab... Also wär jetzt der nächste Fauxpas gewesen in dieser Folge. Bei mir sind die Mollys mal hier beim Loot abgeben... Sind die auf der Terrine hier... ...auf der Vitrine explodiert. Stehst du da am brennenden Trailer? Und denkst dir so, oh mein Gott. What the fuck? Schade, dass hier in der Vanilla die, ähm... ...die Straßen nicht mehr Speed geben. Weißt du, wie es in manchen Mod-Packs der Fall ist. Ja. Aber zumindest sollten sie ja irgendwie auch das Tor abziehen. Ist das so? Bissig nicht. Ich hab übrigens nichts zum Schießen. Lass mir einen Rest machen. Oh, da fehlt der Arm. Findest du nicht witzig? Ist es sauer? Findest du überhaupt nicht witzig? Findest du nicht witzig? Fandest du nicht witzig? Ey, ist das eine Shotgun-Messiah-Fabrik da hinten? Könnte sein, ne? Ja. Ja, gut. Es gibt ja in mehreren Variationen, oder? Es muss nicht ein Shotgun-Messiah sein. Aber da würde ich mich ja doch mal gerne reinschnuppern. Aber nicht im derzeitigen Zustand. Nee, gar nicht. Vor allem sind wir am Tag 6, ne? Also wir sollten uns langsam mal Gedanken um die Verteidigung der Base machen. Ich überlege auch, ob wir nicht unseren kleinen Bergbau-Pot da nutzen für die Nacht. Weißt du? Dass wir die aufrüsten und verstärken. Dass wir da das verbringen, ja. Fläche kleiner. Dann müssten wir eigentlich nur ein paar bisschen was aufwerten. Hier noch Kabelstone müssen wir haben, so für den ersten Schwung am nächsten Mal. Genau. Dann können wir nämlich das alles verstärken. Spikes rum und einen Aufgang vielleicht innen rein und die Tür raus. Dann lass uns doch Tag 6 damit verbringen, so einen Spike-Marathon zu machen. Tag 7-Horn-Häuschen zu machen, ja. Machen wir das so, ja. So eine 20 Uhr. Ob wir rechtzeitig zurückkommen? Ich habe keinen Crush mitgenommen, nix, ne? Naja, ich habe gesagt. Es ist ja schon spät, aber naja. Du sagst ja. Hast wahrscheinlich nicht gehört, oder? Ich hasse dieses Laufen. Das zieht sich einfach derbe. Also besser? Ja. Richtig. Gut, auf der anderen Seite sind wir ja so kompetent. Ich könnte aber schon wieder einen Punkt haben. Habe ich auch. Und damit habe ich auch die Workbench freischaltet. Jawoll. Das ist gut. Wir werden zwar sterben draußen, aber die Workbench ist frei. Okay. So, in 8, 7, 6 gibt wieder lange Folge, aber das mögt ihr ja. Also die sind übel. Vielleicht nochmal ganz kurz. Du könntest mir Munition für die Blunder. Davon habe ich, genau, 28. Ja, das sollte reichen. Zumindest ein Teil, also als Safety first. Okay, ich würde jetzt mit dem Hammer arbeiten. Ja, warte mal. Lass mich nochmal ganz kurz meinen Hammer reparieren. Einfach nur der... Oder doch mal im Knüppel. Sicherheit habe. Kann man nicht... Weil die fangen sofort an zu rennen. Ja. Das wird richtig Spaß. Kann ich den damit nicht reparieren, oder was? Small Stone. Repair. Ich habe Steine. Ich habe Steine und Dings. Ne, alles gut. Hat funktioniert. Okay. Bereit. Achso, warte mal. Wir haben noch mehrere Blunderbars. Moment. Ich habe da noch vier Stück. Die habe ich doch alle eingesteckt. Komm her. Oh ja, coole Idee. Ha, stimmt. So. Machen wir so. Zwei für Fleischhammer. Na? Jetzt. So. Nachladen. Oh, eine war schon nachladen. Nachladen. Okay. Bist du bereit? Yes, indeed. Da kommt er. Zwei. Hinter uns zwei. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Die lädt nach. Warum sind die beide abgefeuert? Scheiße. Ich bin am Arsch. Drei Stück. Oh, mias. Sorry. Das sind ja viel zu viele. Hat keiner gesagt, dass so viele kommen. Nein. Ach, das ist ja, das ist ja Kuppensex hier. Die essen an dir. Das ist ja, das ist ja unverschämt. Sprengen sie! Ah, ich war gerade da. Ah, das ist eine fiese. Wusstest du, dass da viele kommen? Ja. Nein. Warum hast du nichts gesagt? Das ist ja ein Ding nur an Möglichkeiten. Ich habe gesagt, das wird ganz schön ordentlich gesagt. Hat er gesagt. Ja. Ja, ich nehme deinen Rucksack mit. Ja, würde ich auch sagen. Sonst würde das ja nichts. Ja, geht. Ja, geht. Scheiße. Ja. Naja, zumindest haben wir den... Du hast auch Talk to the Trader, oder? Ich bin nackig. Nee, Talk to the Trader habe ich nicht. Hat er abgeboren. Ach. Oh ja. Auf der anderen Seite bin ich, Hopper, ein bisschen... Ich muss jetzt XP verdienen, damit ich, ähm... Ja. Guck mal, was ist denn hier? Iron Boots hat er ja. Sehr feine, ja. Hallo, hallo. Zum Glück hat man das Inventar nicht voll. Ja. War. Haben wir denn hier... War. Bisschen. Ja, das war ein kurzes Intermezzo, ne? Hallo, Zombies. Okay. Also, ich wusste nicht, dass da fünf kommen von den Viechern. Wir waren mehr. Ja, umso schlimmer. Ich glaube, du hattest... Na, wo war es? Sieben, glaube ich. Du hattest vier, ich hatte drei. Ja, aber... Be careful of the football horde. Yes. Blitz Defense is not... Defense. Let's go. Defense. Alter, Vater. Die haben ja richtig nahe gezwirbelt. Ja, gut. Dann starte ich mal hier nackig. Ich habe übrigens... Was habe ich denn jetzt für einen Buff hier? Concussion. Was ist das für eine Concussion? Order, travel, travel, load, buy one, pay and use one. Hast du einen Pinke da? Nee. Aber wieso hast du überlebt? Achso, weil sie auf mich... Hast du mit mir schmusen wollten? Ich habe das Glück gehabt, ich hatte zwei an mir und konnte noch... Konnte die, glaube ich, so ein bisschen wegpushen mit der Blunderblast und dann nochmal mit einem Hammer drauf. Okay. Okay. Und bin dann zu weit zurückgegangen. Und dann haben die anderen gesagt, oh, ein Minias. Entweder so oder... Nee, dann habe ich schon die Pipebombs rausgeholt und dann... Okay. Dann hatten wir nochmal Spaß alle zusammen. Ja. Und dann, ich meine... Dich konnte ich ja nicht retten. Also... Nö, du hättest jetzt keine Chance gehabt, das hättest du machen sollen. Fünf Stück hättest du auch nicht mal weggemacht. Doch, ja... Nee. Es war genau wie du's gemacht hast mit den... mit den Pipebombs, ne? Es war genau... die richtige Nummer. Ja, die hätten dich... die hätte dich aber genauso töten können halt, ne? Nein. Mich töten und dann Pipebombs. Also ich war... Ich war debate. Ja. Und es war einfach nur die Rache wegen der Quest. Genau. Dafür bin ich jetzt infektet und... hab halt auch so kleine Schädel-Hirn-Trauma. Ja gut, das tut das auch jetzt auch. Aber am Leben, ne? Am Leben. Immerhin. Immer mehr. Eigentlich. Ich werde mal ein bisschen Bäume fällen, bis du wiederkommst. Pool. Pool wäre geil. Ich hab nämlich, äh... Ich muss XP machen. Ich muss... Ich weiß nicht, ich... Nee, ich glaub, du musst doch gegenheilen, oder? Ich hab doch so'n totes Malus und den kann ich irgendwie gegenheilen, wenn ich XP mache. Echt? Ja, ja. Okay, das ist mir auch komplett neu. Meine ich. Oder war das nicht in dieser Mod? Ich dachte, du wolltest jetzt XP machen. Warum willst du jetzt meinen? Nee, ich... ich hau jetzt Holz, um dann aufzuwerten. Ja, ja, ja. Ich würde jetzt anfangen, unseren kleinen Bunker hier aufzuwerten, weißt du? Ja, ja, ja. Geile Idee. Ja, genau. Dann geht nämlich der rote Balken runter. Das ist nämlich das neue System davon. Aha. Ja. Also wenn du stirbst, hast du so'n roten Balken, roten Erfahrungsbalken, und den musst du runterbringen, bevor du neue Erfahrungen sammeln kannst. Krass. Na. Nee, auch krass. Geht der nicht jeweils Zeit weg? Ich glaube nicht. Aha. Also. Verstehe. Gute Frage. Ja, gut. Du machst ja aber okay. Macht ja Sinn, das. Ich warte auf. Oh, jetzt sag ich schon wieder so'n... Alter, ist ja cool. Diese Concussion-Buff. Also das ist ja kein... Das sind die Buffs. Der schlägt ab und an mal ein. Und dann hast du noch mal so'n... Wie so'n Flashback. Dann ist alles, äh... Verschmuddelt hier. Achso, ihr könnt ja zwischendurch mal deine... Sachen kurz abgeben. Bist du schon wieder da? Ja. Was? Ja. Schnell gegen das denn bitte. Was ist los? Äh... Wir fangen mal... Wo fange ich an? Hier. Das, 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 das. Äh... Das. Das, das, das. Das war auch deins, glaub' ich. Den hab' ich gelootet. Äh... Tanktop hattest du auch? Weiß ich gar nicht, ne? Ja, ja, ja. Natürlich. Ansonsten noch ne Schaufel. Hattest du ne modifizierte? Ja, du hast ne modifizierte Achse gehabt, ne? Jetzt zieht das alles automatisch an. Ist ja nice. Ja. Ansonsten... Drop mal das Holz, was du einstecken hast, bitte. Wir sind übrigens jetzt schon mittlerweile bei... Wiegt? 32 Minuten, ja. Ja, siehst du mal. So in der Richtung. Dann würde ich sagen, wir werten mal ein bisschen die Hütte auf. Bereiten das schon mal vor. Ähm... Und sehen uns dann... In der nächsten Folge wieder, oder? Ich denke, so werden wir's machen und, äh, so wird's laufen und, äh... Hast du eigentlich die Quest abgeschlossen? Nicht immer, ja. Ich hab die Talk to the Trader, Hike. So nice. Gut. Ausgleich. Okay, so ein Zombie-Football-Players. Football-Players. Done. Du? Oder ich? Du. Nö. Tschüss. Weiß nicht, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Däumchen Träumchen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.